Für mich ist Tai Chi Chuan so interessant, weil es sowohl eine sehr reiche Kampfkunst ist, ein spannendes Handwerk, etwas, was für sich, für mich sehr interessiert ist, sehr interessant ist, und zugleich ein Weg der Lebensbegleitung, ein Weg der persönlichen Entwicklung. Und für mich, das ist kein Widerspruch zwischen den beiden, sondern sie gehen einher und begänzen sich ganz wunderbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017